Ich bin unfreundlich, ich sag nie hallo. Ich vertieh mich deine Typen an. Das ist nicht gut, ich stehe mitten drin. Yay, und ich bin tot. Das ging ja schnell ey. Ja, ich wollte doch die Kacke drauf machen, weil ich dachte du stehst da mitten drin und ich helf dir mal, mach da die Scheiße drauf und dann platzt es mich einfach weg. So, so, das ist drauf. Und bam. Ey, wollt ihr das nicht haben? Also ich brauch Schutz. Für Leben hast du eigentlich? Für 60.000. Okay. Ja, voll gut ne? Ja. Geht schon. Ich werd verhauen, ich will da rein. Er ist drück endlich. Hä? Ich muss noch was umstellen. Eine Fähigkeit umstellen. Ich gar nicht, oder was ist denn hier los? Ja. Mach dein Kollege gerade. Oh. Wenn ihr mein Spielzeug wegnehmt, werdet ihr meinen Platz einnehmen. Keine Ahnung, was er da macht. Ist doch auf der falschen Seite, glaube ich. Äh, im Krieg jetzt mal ne Mauer vor die Nase gesetzt. So. 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 Ich muss doch mal meine Talente anpassen, wenn wir mal einen Boss machen. Achso. Ja, weil die Einzelne ist, sondern ich habe ja einen Haufen Flächenangriffe. Brauche ich auch ein paar einzelne Angriffe noch. Ich muss ein bisschen was noch bringen. Du hast Sorgen. Hey, ich habe meine Stiefel. Herzlichen Glückwunsch. Yay. Jetzt habe ich 69.000 Leben. Leben hat man ja überhaupt hier mit seinem Charakter. Ja, Schaden. Ich bin doch nicht mal da, was ist da los? Egal, schießt ihr jetzt gleich neben uns. Auf das hier habe ich mich gefreut. Oh ja. Jochen. Jochen Lichten. Oh, ich glaub die alte tot. Bei dem sein ganzen Viehzeug weiß man gar nicht, was man angreifen soll. Was wird ihr los? Oh mein Gott, die hat Panik. Bläh, platzt sie weg. Du und ich, nur du und ich, was machst du für ein Erfolg? Ich hab's halt drauf. Ohne Kontrollverlust-Effekt in Qual die alte töten. So. Weiter geht's. Alter, ich hab volle Taschen. Ich muss zurückkehren. Ich bin schon wieder in zwei Jahren. Malen, ey. Ich bin schon wieder in zwei Jahren. das war gut wenn die leute sich das let's play hier angucken wollen also quasi das was hier passiert dann habe ich ja schon so viel material dass ich theoretisch wenn sie sind bis zu ende gucken direkt das neue kommt das addon meine güte viel zu viel gezockt oder das ging ja schnell voll nicht fair der hat sich zu mir porten müssen jetzt wartet mal ich will hier nicht durch schon aufgeräumte tp durchlaufen was gelbes und der groß nur irgendwie eingesperrt halt das ist denn hier bloß los man doch ich muss mir erklären was hier gerade abgeht er hat eine horde gehabt als bonus ding fähigkeit da war waren immer diese scheiß wände vor meiner nase Und wo ist die dritte? Die hängt so schüttelnd als da her, dann zieht der auch manchmal. Vielleicht sind es auch nur zwei. Vielleicht haben wir auch die dritte schon längst dabei gehabt. Kann auch sein, ja. Das würde die Laser erklären. Und einen Legendary Streitkolben. Yay! Ich brauche Legendary Streitkolben, sofern es Einhand ist. Einhand. Komm her. Warte, ich bin gerade voll in Action, aber. Aber dann brauche ich noch einen. Ich will lieber ein Schild, ey. Hm? Sinnvollere Variante. Was ein Schild? So, warte, hier. Ein Monk mit Schild? Geben ist hart. Das ist, weil ich das gefunden habe wahrscheinlich, wa? Das ist doch nicht so. Das ist scheißegal, wer jetzt aufdeckt. Brauchst du's? Ähm, nö. Sicher? Ja. Ja. Der Sockel ist geil, aber da fehlt, äh, ein bisschen andere Sachen auf der Weife. Ja, ich bräuchte. Ich bräuchte das Live-Leaks-Speed. Da unten ist ein, äh, Goblin. Der Auftrag nie erfüllt. Keine Chance, ey. Ja, ja, ich hab da eigentlich drauf gehauen, ich kam mir zum Looten. Soll ich schon wieder deine Fähigkeiten ändern? Achja, hm. Ich hab auch schnelle Schläge. Hm. Letzten Abend? Da kannst du mir wieder gehen, ne? Ja. Ja, verwert ich den oder so. Ja, ja. Ich hab auch keine Chance, ey. Der hat so Tanktypen draußen, ne? Ich hab auch keinen Schaden hier. Ja, ja. Wo ist ein Dings offen? Hier ist ein Dings offen. Hier ist ein Dings offen. Wie, wie, wird er getroffen, ne? Ja, auf! Guck! Wie, der getroffen hat bei mir? Hier, wer hat gelbe Sache bei mir. Ja, bei mir auch. Ey, was ist denn du los? Ich bin doch, ich fällt mit sammeln, Mann! Der Loot ist immer noch da, war so. Ich weh's doch, trotzdem. Zweihandknüppel, Zweihandknüppel, was ist denn hier bloß los, Mann? Wrabs bei mir. Nichts Tolles bei rumgekommen für mich. Oh doch, Schultern. 0,3% Schaden und 8,4% Zähigkeit. Plus. Bis dahin, ist schon weg. Warte. Oh, hier ist noch ein Kopf, der ist sogar besser als meiner, wie kann denn das sein? 5,1% Zähigkeit und 0,4% Schaden. Nö, aber da geht mein Setboni bei Flöten. Das will ich nicht. Ah, hast du dich schon weggeportet? Ich wollte dir doch noch deinen Teil da wieder geben. So eine Stadt geben. Wo bist du denn? Ach da. Tada. Neandertaler. Stimmt, war ein Neandertaler. Schlecht ey. Das ist genau das Richtige für dich. Ja. 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 Ja.